Weglaufen sucht, könnte man es wirklich schlechter treffen. Wir werden ewig bis zu diesem Vulkan brauchen. Geduld, Victor, Geduld. Weißt du, wie die Piraten hierher kamen? Sie legten in England ab, segelten nach Brasilien, dann zurück über den Atlantik nach Südafrika. Sam. Und all das schaffen sie nur mit Papierkarten und der Hilfe der Sterne. Hey, willst du einem ehemaligen Seemann das Segeln erklären? Der Punkt ist, wir hatten es echt einfach. Ja, naja. Dauert trotzdem ziemlich lange. Oh, hey Nathan, mach mal halb lang, ja? Allemann anschnallen. Ah, jetzt seht euch das. Oh scheiße, stopp, stopp! Ich seh sie. Hier. Was haben wir? Militärtypen, die rumschnüffeln. Nadines Leute? Yep. So ne Scheiße. Die haben einen alten Kolonievorposten entdeckt. Aber den falschen, oder? Das ist die gute Nachricht. Ja, das heißt, es gibt auch eine schlechte. Der einzige Weg zum Vulkan führt mitten durch sie hindurch. Oh scheiße. Aber wir sind im Vorteil. Was ist der Plan? Tu einfach, was ich tue. Was ist der Plan? Was ist der Plan? Was ist der Plan?